Hallo und willkommen zu GADNEXT, dem deutschen Basper-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unschlein aber fein Basper-Hörsch bis heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch und es ist nicht unbedingt der Vorabend, aber der Vortag der NBA Finals 2024. Deswegen, ich sage es schon mal vorneweg, heute als Thema des Tages wird es eine mittellange NBA Preview geben. Warum sage ich mittellang? Kriegt ihr hier nicht die volle Ladung? Doch, kriegt ihr natürlich, aber nachher, also knapp zweieinhalb Stunden, da bin ich verabredet mit Dean Walle, mit dem dann im Premium Stream, da wird es dann die größere, noch größere, noch ausführlichere NBA Preview geben. Also wenn ihr Supporter seid, patreon.com slash dvog, dann da. Ja, gerne nachher noch mit reinhören. Aber ansonsten ist sicher heute die News der Woche. Da gibt es schon eins, worauf wir hinausblicken können und vorausblicken können auf den Transfer, Sommer etc., Olympia natürlich auch. Und das Ganze wird präsentiert, wie alles hier im freien, fangbaren Stream von, ja, von manscaped.com. Und ich sehe es auch immer mehr, jetzt rechts und links, andere Podcasts werden jetzt auch gesponsert, das freut mich natürlich, ich bin ja ein Fan davon, wenn Manscaped weiter Einzug findet in diverse, wahrscheinlich Badezimmer. Und wenn ihr denkt, hm, okay, jetzt habe ich das mir schon so oft angehört, jetzt habe ich es auch noch bei anderen Leuten gehört, ist es irgendwie ein Unterschied, was für die Codes angeht? Ich denke nicht, mit über 20 Prozent. Hier ist der Code NEXT20, NEXT20. Ja, die anderen euch sicherlich erzählen oder zeigen, was die Produkte sind, sage ich nochmal an dieser Stelle gerne etwas, wo ja nochmal meine News mit drauf kommen. Wenn ihr ein Mann seid und, keine Ahnung, älter als 18, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr denkt, okay, ich kann nur eine Sache machen, ich kann mir was von Manscaped kaufen oder ich kann zum Arzt gehen, irgendwie in Sachen Krebsvorsorge. Dann würde ich sagen, geht zum Arzt in Sachen Krebsvorsorge, weil, und da kommen wir vielleicht gleich zu der Nachricht, denn ich ziehe mich mal mit rein, Alonzo Morning ist an die Öffentlichkeit gegangen, glaube ich gestern sogar, mit einer Bitte, genau, mit der gleichen, die ich jetzt halt habe, lasst euch bitte testen. In seinem Fall war es Prostatakrebs, er wurde im März operiert, hat sich die Prostata entfernen lassen, weil bei ihm eben der Krebs gefunden wurde, aber auch jetzt nicht so früh, dass man das hätte verhindern können, aber er ist jetzt krebsfrei und setzt sich sehr dafür ein, macht Werbung dafür, dass Männer in den USA, mache ich es auch mal hier weiter, in Deutschland, sich testen lassen, dass man diesen Krebs früher kennt. Und dann eben keine schwerwiegenden Folgen dabei rauskommen. Bin ich sehr betroffen? Ich hoffe nicht, ich mache das regelmäßig, ich weiß, was mein Vater aber darunter gelitten hat unter Prostatakrebs. Von daher, lasst euch abtesten, es ist nie zu früh. Wenn man das früh findet, dann kann man die allerschlimmsten Folgen, nicht auf jeden Fall, aber in der Regel kann man die dann abwenden. Und ich weiß immer, es ist immer schwierig zum Arzt gehen, zu denken, oh, Test jetzt, das jetzt, habe ich es, habe ich es nicht. Aber umso öfter ihr geht, umso kleiner ist das Risiko, umso weniger Anxiety, nennen die Amerikaner das, also weniger Angst vor dem Ergebnis, muss man da haben. Wenn ihr trotzdem was kaufen wollt, der Code ist NEXT20, NEXT20, 20% auf alles, 3-Star-Geld-Zurück-Garantie und Free Shipping. Aber es kriegt ja übereinander das auch. Geht lieber zum Arzt. Kommen wir jetzt zu den News der Woche. Und der erste Name, die heute besprochen werden soll, ist der von Zach Levine. Und über den haben wir gefühlt über Monate andauernd gesprochen. Zach Levine, geht er zu den Lakers, geht er zu, tausend Teams wurden da genannt. War von Anfang an, aber ehrlich gesagt, relativ wenig Fleisch da am Gerüchteknochen, denn ist nichts passiert. Mit Gründe habe ich damals noch dargelegt, ein sehr, sehr teurer Spieler, eigentlich ehrlich gesagt keine Nummer 1 bei einer NBA-Mannschaft, die Ansprüche hat und mit den neuen Regeln des CBAs, also dem neuen CBA, wo man natürlich auch nicht mehr mit Geld so unglaublich viel rumherschmeißen kann, konnte man jetzt vorher auch nicht unbedingt, aber es war einfacher als jetzt. Da war eigentlich klar, einen Abnehmer zu finden für den guten Zach Levine, das wird nicht so leicht. Jetzt hat sich mal Casey Johnson. Mittlerweile würde ich schon sagen, das ist eine Legende in Chicago, in den Medien, früher glaube ich Chicago Tribune oder Chicago Sun Times, jetzt ist er bei NBC Sports Chicago. Geschätzter Kollege hat jetzt gesagt, naja, er hatte ja schon früher natürlich sich zu diesem Thema geäußert und berichtet, was er da zu Tage gefördert hat aus der Management-Ebene der Chicago Bulls und damals war es so, sie wollten All-Star-Level-Talent zurückbekommen, also ein Spieler auf All-Star-Niveau. Sie hätten gerne Erstrundpicks gehabt und am besten eigentlich beides. Jetzt sagt aber Casey Johnson, sein Eindruck ist nach Gesprächen, sagt mit Leuten, die sich damit auskennen, dass dieser Preis dann doch jetzt Richtung Sommer sinkt. Und da wird es für mich interessant. Gibt es dann vielleicht jetzt doch Mannschaften, die eventuell sagen, na gut, wir haben hier ein, zwei ausoffene Verträge, die würden wir jetzt gerne eintauschen gegen einen Spieler wie Zach Levine, wenn wir eben keine Erstrundpicks zum Beispiel da reingeben müssten. Oder kommen vielleicht Teams, die sagen, gut, wir haben Capspace, packen wir ihn da mit rein, das denke ich ist eher unwahrscheinlich. Ich denke, die erste Variante ist wahrscheinlicher. Von daher mal abwarten. Aber nichtsdestotrotz, du musst erst mal das Geld haben, egal ob es jetzt mit Gehältern ist, die du rausschickst, die dürfen wahrscheinlich da nicht allzu lange laufen, je nachdem, was Chicago will, wissen die eigentlich, was sie wollen, so als Organisation insgesamt. Wir kommen vielleicht noch zu einem zweiten Namen, der gerade in Chicago diskutiert wird. Aber wenn es eben darum geht, dass sie eben keine langlaufenden Verträge zurück wollen, dann musst du natürlich Verträge haben oder ein drittes Team muss Verträge haben, die jetzt enden vielleicht sogar. Bin ich gespannt. Ich sehe nach wie vor nicht unbedingt eine Liste von Teams, wo ich sage, ja, no brainer, dass Zach Levine, die sollten sich um den bemühen. Aber warten wir es ab. Wenn ein Preis sinkt für so ein Spieler, es gibt ja zwei Preise, es gibt ja einmal den Preis, das muss ich abgeben an Spielermaterial und Picks für diesen Akteur und das andere ist ja das Geld, was der Akteur verdient. Das musst du ja in deinen Celery Cap reinpressen können und natürlich muss auch handlungsfähig bleiben, perspektivisch. Von daher warten wir es ab, was da passiert. Aber wenn Chicago mit dem Preis runtergeht, kann ich mir vorstellen, dass da auch Bewegung in die Personalie kommt. Aber was will Chicago überhaupt? Das wissen wir nicht. Außer, wir hören zu, was Donald Mayberry, oder wir lesen, was Donald Mayberry auf The Athletic schreibt, denn der sagt, auch ebenfalls ein Intimus da, ein Beatwriter in Chicago, die Bulls würden gerne Free Agent Demato Rosen halten. Das spricht natürlich dann gegen den Neuaufbau. Auch weil der Vorwort sagt, naja, die zwei Jahre, die wohl Chicago da bieten möchte, da hätte er gerne einen bisschen längeren Vertrag, nicht mehr der jüngste, der ist ab 35, glaube ich, würde gesagt, gerne länger unterschreiben, aber eben auch für ein Saler, naja, so ab 40 Millionen pro Jahr, puh, weiß ich jetzt nicht, ob das so realistisch ist, zumindest jetzt in Chicago. Allerdings in den letzten zwei Jahren gefühlt in Chicago waren viele Sachen nicht realistisch und dann hat man sie doch gemacht. Von daher, man darf gespannt sein, ob das da zustande kommt, ob ein anderes Team aus der Fremde kommt, mit drei Jahren und ähnlichem Geld. Warten wir es ab, wir waren im Artikel von Security zu lesen, die Demato Rosen gerne hätte, finanzieller Art. Naja, man kann nie genug Geld haben, denke ich schon, aber auf der anderen Seite, ich denke, er hat genug Geld. Warten wir es ab, wie es da weitergeht, auf jeden Fall spannend. Und jedes Jahr spannend, was die Chicago Bulls mit ihren Free Agents, mit ihrem Team machen. Gucken wir mal, wie es da weitergeht. Weiter in der Central Division nach Cleveland. Drohte da nicht irgendwie der große Ausverkauf, Donald Mitchell weg oder zumindest nicht verlängern und dann mal gucken, was passiert? Hat nicht Darius Garland zuletzt, also nicht er selber, sondern sein Agent gesagt, Klatsch Sports, hm, also wenn Mitchell bleibt, dann würden wir vielleicht gerne gehen wollen und einen Trade fordern, obwohl da noch vier Jahre Vertrag sind. Weil das sind mit Jared Allen und Evan Mobley, die passen ja eh nicht wirklich zusammen. Ist Jared Allen nicht vielleicht auch zu haben? Das waren alles so Gerüchte, die so ein bisschen jetzt kolportiert wurden. Aber Jake Fischer von Yahoo Sports, der hat in einem ziemlich umfassenden Artikel dort sich mal da ein bisschen umgehört und hat gesagt, also ehrlich gesagt, solche Gerüchte sind ziemlich Quatsch. Und zwar hat er sich vor allem darauf bezogen, was die Cavs eigentlich wollen. Er hat gesagt, die Cavs möchten eigentlich niemanden aus ihrer vier spielerumfassenden Core, also diesem Kerntrennen. Das sind eben Mitchell, Garland, Mobley und er. Die vier sollen bleiben. Die suchen ja auch gerade einen neuen Trainer. James Borrego und Kenny Atkins sind da wohl die beiden Top-Favoriten jetzt. Warten wir es mal ab, was passiert. Ich habe es ja letzte Woche darüber gesprochen, dass natürlich Garland sagen kann, neben Donovan Mitchell, das ist irgendwie, weiß ich nicht, passt nicht so richtig gut. Er hat langfristigen Vertrag, also richtig da jetzt was forcieren kann er eigentlich nicht. Von daher warten wir ab, wenn ein neuer Trainer bereitsteht. Dann wissen wir da vielleicht auch ein bisschen mehr, wo die Reise in Cleveland hingeht. Fischer spekuliert im selben Artikel auch über die Zukunft von sehr harten Stein. Und ich habe hier schon darüber geredet gehabt, oder letztens im Stream. Maximal können die nichts mit diesen Early Bird-Rechtinnen, die sie an ihm haben. Fragt nicht, das ist ein bisschen kompliziert. Aber sie dürfen ihm nur bis zu einem bestimmten Punkt Geld bezahlen über Salary Cap und dürfen nicht komplett einen Maximalvertrag geben, weil er noch nicht lange genug da spielt. Also vier Jahre, 72,5 Millionen, das ist so das Maximale, was die Knicks bieten könnten. Es sei denn, sie kommen unter Salary Cap, aber da können wir jetzt nicht von ausgehen. Da fehlt mir auch die Fantasie dazu. Ein Teamwork-Lammer-City, schreibt Fischer, könnte aber mehr bieten. Und als so Preis, der fairerweise so angelegt werden sollte für Hartenstein, hat Fischer bei einigen Managern so 80 bis 85 Millionen Dollar gehört als Richtlinie. Das kommt mir immer darauf an, ob dann sich zwei Teams auch hoch bieten und so. Fakt ist aber, es ist mehr Geld, als die Knicks maximal bieten können. Das heißt nicht, dass Oklahoma City oder ein anderes Team dieses Geld dann auch bietet. Das ist das, was er da jetzt so als Stimmungsbild wiedergibt bei verschiedenen Management-Mitarbeitern, die er gefragt hat. Aber Fakt ist, ja, Hartenstein könnte außerhalb von New York City mehr Geld verdienen. Frage, ist ihm das wichtiger, als da jetzt diese Rolle weiterzuspielen? In New York warten wir es ab. Auf jeden Fall wird der Mann bezahlt werden. Und das ist auch nur recht und billig nach den Leistungen, die er da zuletzt gebracht hat. Heute ist es heute los. Ich bin ganz wohl rausgeschlafen. Die Suns, die wollen jemanden halten, nämlich Royce O'Neal. Erinnert euch, kam ja vergangene Saison dann, als dann die Buyouts durch waren, dann nach Phoenix. Und die war ein Trade, war ein Trade sogar, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ist schon zu lange her. Aber sie wollen ihn für drei bis vier Jahre verpflichten. 30 bis 35 Millionen soll dann insgesamt den Suns werbt sein. Das schreibt Dwayne Rankin von AZ Central. Gut, das ist auch wieder so ein Fall mit, hey, wir haben den Spieler schon. Wir haben nicht das Geld, um Ersatz zu holen für jemanden, der so gut ist. Von daher, ja, verpflichten wir ihn weiter. Das ist mehr oder weniger alternativlos. Ich denke auch nicht, dass O'Neal anderswo jetzt viel mehr Geld bekommen würde, wenn überhaupt. Von daher, das ist für mich ein sehr wahrscheinliches Szenario, dass er da bei den Suns bleibt. Bei den Denver Nuggets, ja, da ist natürlich nach dem Ausschein gegen Minnesota jetzt die Off-Season-Planung im vollen Gange. Und da schreibt Harrison Wind von Denver Sports, dass, und er hat so einen ganzen Artikel geschrieben, wo er gesagt hat, hey, die haben eigentlich keine Kohle für Three Agents. Wie können sie sich verstärken? Er hat dann geguckt, so Veteranen, die anderswo dann vielleicht nicht mehr weiterspielen, sag ich mal, weil sie einfach, weil das Team da in eine Richtung geht. Oder weil Denver sie abwerben kann, weil sie vertragsfrei sind. Hat dann Leute wie Gary Harris, der auch schon in Denver vergangen hat, in den Raum geworfen. Oder auch in Kevin Love, das waren aber Spekulationen. Er hat aber auch einen Namen, wo er sagt, ja, ich weiß, das Management von Denver, von den Nuggets, ist interessiert an diesem Spieler. Es gibt Freunde von diesem Spieler, im Sinne von Leuten, die ihn gut finden, im Management. Und dieser Spieler ist Gordon Hayward. Haben wir zuletzt gesehen bei Oklahoma City. Hatte er natürlich nicht die Leistung gebracht, die man vielleicht erwartet hätte. Hatte aber einen relativ guten Saisonstart in Charlotte, bis dann wieder Verletzungen kamen, etc. Das ist aber natürlich ein Mann, wo ich denke, ja, das würde durchaus Sinn machen, wenn der fit ist, wenn der in die Saison geht, kommt von der Bank, gibt dir Playmaking, gibt dir ein bisschen Werfen, gibt dir auch einen recht guten Körper. Das kann man sich schon vorstellen, dass das passen würde. Die Frage ist halt, gibt es andere Bewerber für seine Dienste? Das ist ja auch so ein Punkt bei allen Leuten, auch wenn wir jetzt von Love sprechen oder Gary Harris, Veteranen, die vielleicht nicht mehr auf jeden Cent gucken, die einfach eine gute Rolle wollen bei den Titelfavoriten. Ring Chaser, sagen wir uns, wie es ist, was ja nichts Schlechtes ist auch. Wollen die dann in Denver leben im Schnee? Das müssen wir abwarten. Skifahren darfst du eh nicht als NBA-Star. Von daher, gucken wir mal, was passiert. Aber das ist, glaube ich, ein Name, der schon auch Sinn macht. Kommen wir. Ich glaube, dazu bin ich vertraglich verpflichtet. Ja, genau, zu den LA Lakers. Da müssen wir jedes Mal News machen hier, sonst gehen die Klicks nach unten. Die suchen einen Trainer vor allem, erstmal jetzt gerade. Und am Ende des Tages soll es so ein Zwei-Mann-Rennen sein. James Borrego, eben schon mal erwähnt, dass der auch bei den Cavs im Gespräch ist. Und JJ Reddick. Aber wenn man Champs-Sharania glauben kann, dann ist es eigentlich kein Zwei-Mann-Rennen mehr, sondern er hat getweetet, Lakers are zeroing in on JJ Reddick als Head Coach. Spricht auf Deutsch, ja, sie nähern sich jetzt der Verpflichtung von JJ Reddick als Head Coach. Und jetzt kann man natürlich vortrefflich spekulieren. Oh, da kriegt LeBron ja seinen Podcast-Kumpel. Und LeBron ist hier jetzt der Königsmacher, holt seinen Freund, blablabla. Aber er selber, also LeBron und auch seine Agentur haben gesagt, also sorry, also vor allem Rich Paul, der hat jetzt gesagt, LeBron hat nichts zu tun. LeBron will nichts damit zu tun haben, wer der Trainer wird. Natürlich, weil er auch weiß, was sowas dann für die Kabine bedeutet. Kannst du dem Trainer, kannst du LeBron als Mitspieler vertrauen, wenn er den Trainer quasi verpflichtet hat? Eigentlich nicht. Von daher, klar, dass man das jetzt so formuliert, ob jetzt LeBron am Ende da auch mit die Strippen zieht und so. Also ich wage mir da kein Urteil zu erlauben. Gleichzeitig würde ich denken, dass LeBron James mit der Art und Weise, wie er in den vergangenen Jahren Druck auf die jeweilige Franchise ausgeübt hat, bei der er gespielt hat. Also sagen wir zumindest nach der Zeit in Miami. In Miami mit Petraie war das sicherlich nicht so der Fall, weil der das nicht unbedingt da zugelassen hat. Aber danach in Cleveland vor allem und auch ein bisschen bei den Lakers, die uns mal den AD-Trade und so. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man dann einfach jemanden verpflichtet, ohne ihn zu fragen. Ist er jetzt der Entscheider, ob dieser Mann jetzt kommt als Trainer oder nicht? Nee, das denke ich nicht. Aber er wird sicherlich eine Stimme sein, wo Gini Bass zuhört, wo auch Rob Pelinka zuhört. Und dass der jetzt gar nicht mit denen kommuniziert, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Auf der anderen Seite stimmt natürlich auch das, was Rich Paul gesagt hat. Er ist ja vielleicht Free Agent. Also wieso sollte man einem Free Agent zuhören, wer da jetzt Trainer wird? Und dann frage ich mich aber auch, warum sollte aber J.J. Reddick Lakers Trainer werden wollen, wenn er denkt, LeBron James ist nicht mehr dabei. Von daher, ich glaube eine gewisse, zumindest die Meinung wird er abgegeben haben, ob er jetzt entscheiden kann. Das kann sich jeder selber überlegen. Ob das eine gute Idee ist? Ja, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, Darwin Hamm hatten wir gerade zwei Jahre. Hat die Conference Finals erreicht, hat zweimal gegen Denver verloren in den Playoffs. Stand oft in der Kritik, aber glaube ich auch oftmals eher irrational. Und ich sage das immer wieder gerne dazu, mir will nicht ganz einleuchten, wieso viele Fans die ganze Schuld an irgendwelchen Miseren beim Trainer abladen, wenn man mit LeBron James da jemanden hat, der ja eigentlich ein Basketball-Genie ist. Also wie man jetzt denken kann, das ist immer wie Darwin Hamm, LeBron da komplett überstimmt in jeglicher Hinsicht. Aber gut, das ist eine andere Frage. Fakt ist, wenn jetzt JJ Redick kommt, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, zu ihm halte ich es sehr kurz, kommt jemand, der Trainer-Novize ist, der nur im Jugendbereich, glaube ich, bei seinem Sohn ein bisschen was gemacht hat, dass der, auch wenn er natürlich ein absoluter Fachmann ist, lange gespielt hat, dass der jetzt direkt eine Mannschaft übernimmt, wo es eigentlich nur darum geht, einen Titel zu gewinnen, ohne dass man eigentlich ein Titelkandidat ist. In diesem Medienmarkt, gut, ich meine, Medien kennt er sich aus, aber es ist, glaube ich, schwer. Es ist ganz schwer. Auf der anderen Seite wäre jetzt Borrego die bessere Wahl gewesen. Der war zumindest mal Head Coach, der kennt sich aus, wie das ist. Der kommt aus dem Stall der Spurs. Warten wir es ab. Steve Kerr damals, als er nach Golden State kam, war auch vorher kein Trainer gewesen. Allerdings muss man da dazu sagen, der war aber General Manager in Phoenix. Der wusste schon noch mal ein bisschen mehr, glaube ich, wie der Hase läuft, zumindest aus dieser Sicht. Ich bin extrem gespannt, wie das mit J.J. Reddick läuft, wenn ich ehrlich bin. Aber kommen wir nach Minnesota. Dort sind Timberwolves ausgeschieden gegen die Finchern, erwähnten Denver Nuggets. Aber das heißt nicht, dass die jetzt da keinen Stein auf dem anderen lassen. Gut, was jetzt Richtung Besitzer-Geschichte passiert, Glenn Taylor oder Mark Laurie und Alex Rodriguez, können wir da noch kurz zukommen. Das müssen wir mal abwarten. Aber Tim Connelly, der General Manager, der wird ein weiteres Jahr dabei bleiben. Erstmal. Der hätte eigentlich eine Ausstiegsklausel gehabt. Jetzt hat man aber sich geeinigt. Komm, wir verschieben die Ausstiegsklausel ins nächste Jahr. Also es ist ja noch ein Jahr Planer und Macher. Kann die ganze Off-Season jetzt mitnehmen. Auch eine wichtige Off-Season jetzt nach diesem doch relativen Erfolg natürlich. Bis in die Conference Finals ist das ein großer, großer Erfolg für die Mannschaft. Man kann jetzt in Ruhe weiterarbeiten. Und damit besteht eben auch Planungssicherheit. Trotz dieses schwelenden Streits zwischen dem aktuellen Besitzer Glenn Taylor und den eigentlich potenziell neu oder den zukünftigen Besitzern mit Mark Laurie und Alex Rodriguez. Da habe ich schon darüber gesprochen. Da geht es um Geld etc. Macht. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock darüber zu sprechen, weil es nicht sportlich ist. Aber auf der anderen Seite gehört es einfach dazu. Und da gibt es einen Bericht von Brian Winthorst. Ich glaube, der hat das im Hoop Collective Podcast gesagt. Er meinte, naja, es könnte für Carl Anthony Towns wichtig sein, wer der Besitzer ist, wenn die neue Saison beginnt. Und das klang so ein bisschen durch nach dem Motto, wenn Glenn Taylor bleibt, dann ist das alles okay. Dann kann Tim Connelly machen, was er möchte. Und dann bleibt Carl Anthony Towns. Aber Winthorst sagt, dass die Rolle von Towns könnte neu bewertet werden, wenn Laurie und Rodriguez übernehmen. Und das kann für mich eigentlich nur heißen, dass wenn man es neu bewertet, dass da Zweifel sind, ob das der zweitbeste Spieler sein soll in unserer Mannschaft. Das würde dann Richtung vielleicht Trade-Bemühungen zeigen. Aber dafür müsste es ja bis Herbst durch sein, diese ganze Verkaufsgeschichte, der da gestoppt wurde und so. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, nach allem, was ich darüber gelesen habe. Von daher ist das wahrscheinlich auch eher eine hypothetische Geschichte gewesen von Brian Winthorst. Auch Nico Harrison in Dallas bleibt. Der Macher dort hat einen Vertragsflänger untergeschrieben. Für wie lang und wie lukrativ war es irgendwie nicht zu finden. Aber vollkommen folgerichtig, dass der Mann länger da jetzt weiter arbeiten darf. Mike Brown, der Trainer des Sacramento Kings, bleibt Trainer des Sacramento Kings. Vertrag verlängert bis 2027, bringt ihm 30 Millionen Dollar ein. Herzlichen Glückwunsch und auch eine gute Entscheidung. Schließlich noch John T. Porter. Sagt sich der Name noch was? Ja, Bruder von Michael Porter Jr. Aus der Liga-Verband aufgrund des Wettskandals von vor einigen Wochen. Und augenscheinlich war er da nicht alleine mit unterwegs. Hat nicht alleine irgendwie online Wetten abgeschlossen, sondern The Athletic berichtet, dass ein Mann in New York City verhaftet wurde. Es sind noch drei weitere Komplizen, die gesucht werden. Und aus den offiziellen Dokumenten geht hervor, dass, und die Namen stehen da ja nicht, also da steht ja jetzt, ich glaube Player Number One. Heißt das Player Number One? Ich glaube ja. Also diese Anklageschrift, ich weiß nicht, was der juristische Fachbegriff ist, da ist hinterlegt, okay, also diese vier Männer hatten einen Basketballspieler, der bei einem der Männer hohe, hohe Wettschulden angehäuft hatte. Und um die quasi abzubauen, hat er sich bereit erklärt, das John T. Porter gemacht hat, eben zu machen, zu sagen, hey, wettet mal in dem und dem Spiel auf das Ander. Mir geht es nicht gut. Ich werde heute zwar anfangen zu spielen, aber dann gehe ich früher raus oder ich gehe raus mit einer Verletzung. Und so sollen die mit diesen Ober-Ander-Wetten echt Kohle gemacht haben. Also es geht, glaube ich, auch um einen Millionenbetrag, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber man sieht, Sportwetten, Wettschulden angehäuft. Und jetzt kann man natürlich vorstellen, jemand, der in der NBA spielt und keinen Millionenvertrag hat, es sind immer noch, wir reden immer noch über sechsstellige oder kleine Millionenbeträge, Brutto natürlich auch, aber da muss ich schon einiges, das reden wir glaube ich nicht über 5000 Dollar, die er angehäuft hat. Und sich dann gezwungen zu sehen, hey, ich muss hier eine Wettmanipulation betreiben, das ist das Problem. Wie bei vielen Sachen, die Dosis macht das Gift und das gilt natürlich in dem Fall auch hier für Sportwetten. Blicken wir mal kurz zurück in die Geschichte der NBA, denn ein positiver Nebeneffekt von diesem ganzen Spieler-Podcast ist ja, dass Storys auf den Tisch kommen, die wir vielleicht so nie gehört hätten. Und so eine Story gab es jetzt von Udonis Haslam. Der hat ja, glaube ich, mit Mike Miller zusammen diesen OG-Podcast und zu Gast war Crown Butler, kennt er vielleicht, ehemaliger Spieler auch, den Darius Mavericks, mit dem ja auch Meister geworden. Obwohl, er war auch verletzt, ne? Aber er war im Team noch, oder wurde er getrailt? Ne, er war im Team, war verletzt, so rum, ne? Boah, schon wieder 13, 14 Jahre her, um Gottes Willen, dass ich das nicht mehr auswendig weiß. Egal. Nehmen wir es, Crown Butler, Tough Juice, gerade auch, glaube ich, verlängert als Assistant Coach, war zu Gast. Aber Udonis Haslam hat die Story erzählt, ohne seinen Gast. Und zwar hat er gesagt, naja, es geht ein bisschen um Trades und wie, wie man stellen, was damit umgeht, wenn man in Trade-Gerüchten vorkommt. Und Haslam hat dann den Nugget preisgegeben, dass er in einem Trade-Gerüchte oder in Verhandlungen war, mit dabei war, in dem Paket für wen, und das muss Anfang der 2000er gewesen sein, für Alan Iverson. Also nicht zu sehr Anfang der 2000er, weil Dwayne Wade war schon da, denn darum ging es. Man wollte Dwayne Wade Alan Iverson an die Seite stellen und die Sonne Haslam wäre Teil gewesen in dem Trade-Paket dann für AI. Das ist natürlich erstmal ziemlich krass, wenn man sich das so anhört, auf der Zunge zergehen lässt. Hätte das damals funktioniert? Bin ich gespannt. Also ich meine, wenn wir uns überlegen, LeBron und Wade brauchen auch eine Saison, um zusammen zu funktionieren. Und LeBron war ja jemand, der gerne auch den Ball gepasst hat und so. Das war bei AI ja oftmals nicht so. Zwei Leute, die gar nicht den Dreier treffen. Das war ja Pace and Space damals. Defensiv natürlich auch angreifbar. AI aufgrund seiner Länge oder mangelnden Länge. Aber halt ein faszinierendes Ding. Auch weil ich denke, Dwayne Wade in Miami? Ich meine, es gibt so schon legendäre Partygeschichten aus Philadelphia und da sieht es glaube ich nicht um die ganze Partystadt oder Partyhauptstadt der USA bekannt. Das ist vielleicht mal ein Fall, das müsste man vielleicht mal bei irgendwie hier My Errors auf MB2K mal nachspielen. Aber kommen wir zu Olympia, kommen wir zur FIBA. Und der große Aufreger aus deutscher Sicht, also zumindest für einige Leute, der deutsche Olympiakader steht. Und zwar, es sind dabei die zwölf Weltmeister, ich denke, ihr könnt die Namen alle runterbeten, ich sage es trotzdem. Andreas Obst, Daniel Theis, David Kramer, Dennis Schröder, Franz Wagner, Isak Bonger, Johannes Thiemann, Johannes Vogtmann, Justus Hollatz, Maulolo, Moritz Wagner und Nils Giffey. Das sind die ersten zwölf, die dabei sind, aber es gibt noch vier weitere Spieler, die mit in die Sommermaßnahme gehen. Das soll relativ schnell auch runtergecuttet werden auf zwölf Spieler. Man hat dann natürlich aufgrund von Verletzungsproblematiken eventuell natürlich auch die Pflicht, Leute mit einzuladen, die dann auf jeder Position, sollte jemand ausfallen, einspringen können. Und diese vier Leute sind Nick Weiler-Bapp, wissen wir ja auch, dass er dabei war bei der Europameisterschaft, Oskar da Silva, Leon Kratzer und Luis Olinde. Also genau, was man vermuten kann, ein Guard mit Nick Weiler-Bapp, ein Center mit Kratzer und dann mit da Silva und Olinde. Zwei multipositionale Flügelspieler. So, jetzt wird sich da eine andere fragen, zumindest habt ihr es auch im Netz gesehen, dass sich da eine andere sich fragen, was ist eigentlich mit Kleber, was ist mit Hartenstein? Und ich habe es gestern auch im Stream bei erstes Zeit angebracht, weil mich das gestern echt ein bisschen aufgeregt hat, wenn ich ehrlich bin, dass viele geschrieben haben, was ist da los? Hartenstein nicht nominiert, Kleber nicht nominiert, der Bundestrainer hält da nur an seinen Jungs fest und das ist eine Katastrophe, was da gemacht wird. Aber da muss man sagen, nach allem, was wir wissen, ist halt Aufregung um eine Nicht-Nominierung von Maximilian Kleber und um die Nicht-Nominierung von sehr Hartenstein einfach nichts anderes als ein großer Nothing-Burger. Maxi Kleber hat schon vor längerer Zeit gesagt, nein, ich werde nicht mit dabei sein bei Olympia, hat vergangenes Jahr ja auch abgesagt, aus bekannten Gründen und von daher stand er einfach jetzt auch nicht zur Verfügung und Isaiah Hartenstein hat in der Bild-Zeitung vor einigen Wochen schon gesagt, dass er Vater wird im Juni, Juli und auf Reagent ist und deshalb eigentlich diesen Sommer nicht spielen wollen würde, auch weil er natürlich gesehen hat, wie toll das letzte Jahr funktioniert hat, aber er danach gerne zur Verfügung steht. Das hat er auch nochmal bekräftigt im Interview mit Dean Walle bei uns im Premium-Podcast, war das dann Nachspiel 5, Madison Square Garden hat ja Dean mit Isaiah gesprochen. Von daher, diese ganze Aufregung, die da jetzt stellen wir, wieder im Netz entfacht wurde und ich weiß, es ist ja oft so, das sind Stürme im digitalen Wasserglas und da kommt wenig von außen an, aber das hat mich gestern ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, weil ich, ich sage das gerne hier auch nochmal, was ich gestern im Video gesagt habe, man kann sich ja erst, also der erste Impuls kann ja sein, hey, kein Kleber, kein Hartenstein, was ist da los? Aber dann sollte der zweite Impuls nicht sein, ich slide irgendwo in die Kommentarspalte und mache da schlechte Stimmung, sondern eigentlich finde ich, wäre der erste oder zweite Impuls, hm, das verstehe ich nicht, warum ist das so? Und das Schöne am Internet ist, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, der immer in Kommentarspalten direkt ausfällig wird, aber das Schöne am Internet ist, dass es Suchfunktionen gibt. Es gibt verschiedene, Google, Bing, gibt es Ask Jeeves noch, keine Ahnung, AltaVista, CompuServe, AOL, weltüberall fündig und da kann man natürlich herrlich mit der gleichen Gerätschaft, mit der man auch seine Kommentare schreibt, zum Beispiel eingeben, Hartenstein, Olympia und dann kommt man eigentlich relativ schnell auf zum Beispiel das Bild-Zeitungsinterview oder auf andere Quellen, die dann sagen, ja, es hat abgesagt oder im Falle von Kleber abgesagt oder im Falle von Hartenstein sagt, ja, wahrscheinlich nicht. Und da kann man sich a, die ganze Aufregung sparen und b, kann man auch sich sparen, dass man da in Kommentarspalten irgendwelche Narrative bedient, die einfach so nicht da sind. und ich denke, dass gerade nach der tollen EM, der noch tolleren WM, es eigentlich ehrlich gesagt 0,0000 Gründe gibt, um irgendwie schlechte Stimmung zu verbreiten in Sachen deutschen Basketball. Im Gegenteil, wir sollten uns freuen, dass wir, wie gesagt, wenn die zwölf Weltmeister und die anderen vier alle fit bleiben, dass der Bundestrainer da die Qual der Wahl hat. Ich würde vermuten, dass wenn sich keiner verletzt wird mit den zwölf Mann, die auf Okinawa waren und in Manila dann auch nach Paris fahren, weil das einfach natürlich eine krasse Einheit ist und eine tolle Mannschaft, wo von eins bis zwölf einfach alles gepasst hat und gestimmt hat, spielerisch wie menschlich. Aber wie gesagt, wer immer das jetzt aus diesem 16er-Kader dann wird, das wird eine sehr, sehr starke Mannschaft sein, die klare Medaillenchancen hat. Und natürlich haben Maximilian Kleber oder auch also Herr Hartenstein, wenn wir nur über die beiden sprechen, auch von der Leistung her natürlich einen Anspruch, damit dabei zu sein. Aber es passieren eben auch andere Sachen im Leben, die dann eben, zum Beispiel die Geburt eines ersten Kindes, die sowas verhindern. Von daher, wie gesagt, sollten wir uns einfach freuen, dass wir eine brutal starke Mannschaft haben und vielleicht aufhören dieses, ich weiß nicht, ob es typisch deutsch ist, ich glaube, andere Nationen machen das ja auch, aber direkt irgendwie alles in den Dreck treten zu wollen und schlechte Stimmung zu machen. Ist mir ein bisschen fremd, wie man so sein kann. Andere Nationen haben ganz andere Probleme, wenn wir ehrlich sind, zum Beispiel die Finnen. Da wird Lauri Markkern nicht mit dabei sein, wenn Finnland in Valencia ins Olympia-Qualifikationsturnier einsteigt. Seine Schulterverletzung, die er davon getragen hat am Ende der Saison, die ist wohl weiterhin oder ist erst nicht so fit, dass er sich das zutraut oder nicht mitspielen möchte. Jetzt kann man die auch wieder vermuten. Oh, da wartet, ist da irgendwas, Sache Trade in der Mache, werden wir abwarten. Natürlich bitter für Finnland, dass ihr bester Mann nicht fehlt. Aber die Griechen, die können sich freuen. Janis Antetokounmpo, das hat Vasilis Banoulis unlängst gesagt, der wird mit dabei sein. Das wird, glaube ich, auch ein Fest werden, denn deren Qualifikationsturnier, also wo die Griechen mitspielen, das ist in Piraeus. 2008 war das ja auch in Athen und mit Janis ist es natürlich für Griechenland, also natürlich schon Favorit, denke ich, da auf die Qualifikation. Und freuen wir uns drauf, wenn wir dann auch die Griechen in Paris sehen. Aber hey, freuen uns bei jeder Mannschaft, oder? Ja, und das war der erste große Teil. Jetzt eine kurze Auszeit und dann geht's weiter. Kommt kurz zusammen. Ich sag, wie es ist. Ich fahre morgen nach Köln. Warum? Da ist morgen eine Buchvorstellung. Ich glaube, ich kann gar nicht wirklich sagen, von wem. Folgt mal einfach auf Instagram, damit ihr sehen, wo ich da morgen bin. Aber gleichzeitig sagt mein Trainingsprogramm, morgen ist wieder Upper Body Day. Wie mache ich das dann? Fahre ich erst, gehe ich morgens um sechs schon zum Workout? Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht der Typ für die Aussehen und man muss das Kind ja in die Schule bringen. Von daher, nein. Ich werde mit der Bahn anreisen, gucken, dass ich so mittags dann in Köln bin und dann geht's zum Workout. Wie? Natürlich dank dem Urban Sports Club. Ich denke mal, ich werde mir, das ist ja schön, wenn man in solchen Weltstädten wie Köln ist, im Vergleich zu vielleicht Wolfsburg, da gibt's ja auch Etablissements, die ein bisschen mehr hermachen, vielleicht, als die hier. Einfach weil natürlich da auch andere Leute unterwegs sind oder mehr Leute unterwegs sind. Vielleicht gehe ich Homes Place oder so. Mal gucken. Keine Ahnung. Irgendwas werde ich schon finden, wo ich meine Oberkörper, Geschichten machen kann und vielleicht noch ein bisschen in die Sauna gehen. Obwohl, wenn ich überlege, wem ich da morgen bin, kann ich eigentlich auch bei dem trainieren. Verrate ich jetzt schon, wo ich morgen bin? Weiß ich nicht. Ne, ich glaube, ich mache schon Homes Place. Ein bisschen Leben will man ja auch. Ein bisschen was genießen, wenn man schon so hart arbeitet am Eisen. Aber das mache ich dann morgen, wie gesagt, mit meiner persönlichen Fitnesslösung, eben mit dem Urban Sports Club. Aber ihr könnt auch was machen. Das habe ich letztens schon auf Instagram gesagt. Ich sage es gerne hier auch nochmal. Und zwar gibt es ja jetzt gar nicht irgendwie so eine Aktion, sondern es geht eigentlich um euch. Postet mir bitte ab jetzt bis quasi Ende November, einfach Videos rein, was ihr so sportlich macht, also was ihr macht, um fit zu bleiben. Oder ob es irgendwelche Ziele gibt, auf die ihr hinarbeitet. Einfach ein Video posten. Das kann bei Instagram sein, kann auch, weiß ich, bei Twitter sein oder bei Axel oder bei Facebook. Hauptsache, ihr benutzt den Hashtag Urban Sports Team und jeden Monat verlose ich zum einen eine einmonatliche Mitgliedschaft vom Urban Sports Club und, also eine M-Mitgliedschaft nennt sich das, und ihr kriegt ein Jahresabo vom God Next Magazin. Von daher, ja, fangt an, haut rein. Am Ende des Monats gucke ich dann immer, was war alles unter dem Hashtag zu sehen. Und dann, der, der mich am meisten flasht, der kriegt halt die B-Mitgliedschaften das Abo. Von daher, checkt es gerne aus, checkt auch gerne Urban Sports Club aus. Link ist in der Folgenbeschreibung auf urbansportclub.com. Da kommt ihr ans Ziel. Weiter geht's mit dem Thema der Woche und das sind, na klar, die NBA Finals 2024. Die Boston Celtics als bilanzbestes Team der diesjährigen NBA-Treffen auf die Dallas Mavericks. Das beste Defensivteam, das glaube ich kann man sagen, seit dem All-Star-Break. Und klar, wir haben die Playoffs bisher uns angeschaut und Verletzungen waren ein großes Thema. Es gibt dieses unschöne Narrativ, naja, die Celtics, guck dir mal den Weg von denen an, also die haben sich wirklich verdient, in den Finals dabei zu sein. Das kann man halten, wie man möchte, wie man sowas sieht. Ich habe ja auch schon über dieses Narrativ letzte Woche im Fragen-Podcast gesprochen. Ich möchte an dieser Stelle jetzt einmal einen relativ schnellen Durchgang oder Durchlauf hier machen, durch so die taktischen Geschichten nicht total in die Tiefe gehen, weil sonst, sagst du mal blöd, wenn man nichts aufmalen kann oder so, aber also ein bisschen die Maßnahmen skizzieren, die ich erwarte auf beiden Seiten und dann am Ende ja auch meinen Tipp abgeben. Und ich fange, denke ich, mit Boston an. Aber bevor es damit losgeht, lasst uns alle, weiß ich nicht, was ihr so macht, um irgendwie das Glück auf eure Seite zu zwingen, ob ihr irgendwelche Räucherstäbchen im Garten verbrennt. Egal, macht es einfach, weil Verletzungen haben bisher natürlich eine große Rolle gespielt. Entweder Spieler, die gar nicht dabei waren, Butler, Antetokumbo, Spieler, die in den Playoffs sich dann verletzt haben, vor allem zum Beispiel Tyrese Halliburton. Da wurde natürlich die eine oder andere Mannschaft wirklich knüppelhart mitgespielt und wir sind auch vielleicht über ein, zwei spannendere oder hochkarätigere Serien betrogen worden vom Baselbergott, der das irgendwie witzig fand, dieses Jahr wieder ein paar Leute einfach da zu fällen, wenn die Karten auf dem Tisch liegen. Aber man muss auch sagen, vielen, vielen Dank, lieber Basketballgott, dass wir jetzt vor diesen NBA Finals zwei ausgeruhte Mannschaften haben. Ihr und ich seid auch ausgeruht, weil wir nicht uns die Nächte um die Uhr schlagen mussten, noch für langlaufende Conference Finals. Versteht mich nicht falsch, ich glaube, wir wären alle cooler mit gewesen, nur alle sind frisch. Und Christoph Sprozingis, das war ja der große Wackelkandidat vor dieser Serie, wird spielen. Da gab es jetzt zuletzt die Meldung, hey, der hat im Training alles mitgemacht, das sieht gut aus, der ist dann wahrscheinlich auch in der ersten Fünf zu Spiel Eins. Und genau so soll es ja sein. Beide Teams, ausgeruht, wie man sein kann, ist jetzt irgendjemand nach der langen Saison bis zum Punkt bei 100 Prozent. Wenn ja, spielt man nicht viel. Also O'Shea Brissett ist bestimmt bei 100 Prozent, nur um den wird es wahrscheinlich nicht gehen. So. Also, wir haben beide Teams voller Stärke und das ist schön. Da können wir uns freuen drauf, denn wir können jetzt einfach auch alles uns so skizzieren, wie es es sein soll. Bei Luca, natürlich, er hat das selber gesagt zwischendurch, sein Knie, der Knöchel, das wird, wenn er drauf spielt, eben nicht 100 Prozent sein in diesen Playoffs, aber wir haben gesehen, was er mit den Timberwolves gemacht hat. Das scheint schon okay zu sein. Von daher, vielen, vielen Dank, dass wir da jetzt eine Serie sehen, wo beide Teams ausgeruht reinkommen, wo kein Team schon so einen eingebauten Vorteil hat für Spiel 1 oder 2, einfach weil die schon sechs, sieben Tage frei hatten und die anderen hatten nur zwei Tage frei. Darauf können wir uns freuen, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Das ist also der Gameplan für die Boston Celtics. Und vielleicht vorneweg nochmal eine Anmerkung, beide Teams treffen jetzt auf eine Mannschaft, die sie so, sag ich mal, also den Gameplan, den der andere verfolgen wird, das haben sie jetzt in den Conference Finals so nicht gesehen. Also Boston und Minnesota ist ziemlich unterschiedlich. Kann man eine Parallele ziehen von Boston und Oklahoma City? Ja, zum Teil schon. Minnesota war eine ganz andere Aufgabe und genauso natürlich ist Dallas eine ganz andere Aufgabe, als es die Indiana Pacers waren. Das ist irgendwie auch cool. Man kann jetzt aus diesen Serien nicht viele Rückschlüsse ziehen. Man kann, ehrlich gesagt, aus der regulären Saison die beiden aufeinandertreffen, eines war im Januar, eines war am 1. März, glaube ich, auch nicht so viele Schlüsse ziehen, denn obwohl am 1. März schon die Trades alle durch waren für Daniel Gafford und für PJ Washington, muss man sagen, erste fünf waren auch Josh Green mit dabei und Derek Lively. Also das ist schon mit Vorsicht zu genießen. Das zweite Spiel eben mit Gafford und Washington ging auch mit 138 zu 110 an Boston, die zu Hause im City Garden damals angetreten sind. Von daher würde ich darauf vermuten wollen, das ist eher so ein Muster ohne Wert. Wie lange waren die Mavs da zusammen in dieser Besetzung? Anderthalb, zwei Wochen. Da kann man jetzt noch nicht davon sprechen, dass Boston ist da krank überlegen. Aber was ist eventuell auch da zu erkennen gewesen in diesem Spiel? Was können wir erwarten, was vielleicht die Celtics rüber retten in diese Serie? Eine Sache, die auffällig war in diesem letzten Spiel, und das haben die die Celtics auch öfter gemacht in der Saison. Deshalb ist es heute nichts, was nur Dallas mäßig unterwegs ist da in Boston. Christoph Sposinges, da können wir erwarten, dass er nicht Derek Lively oder Daniel Gafford zumindest zu Beginn verteidigen wird, sondern wahrscheinlich eher einen der Eckensteher, die von da aus drei erwerfen sollen. Also Derek Jones Jr., PJ Washington. Da ist zu erwarten, dass er wahrscheinlich sich um die kümmert und dann entsprechend reinsinkt, um eben einen Pick and Roll von Luka Doncic natürlich vor allem mit Gafford, mit Lively, das zu stören als zweite Reihe. Ich sage, reinzukommen, damit Lobpässe da halt nicht wirklich easy sind. Vollkommen nachvollziehbare Taktik und ich bin mir auch sicher, dass Boston da auch drauf schaut, was hat eigentlich Oklahoma City gemacht, wie waren die in der Lage, stellenweise die Lops wegzupacken und da kommt man relativ schnell zu dem Schluss, okay, wie gesagt, den Korb beschützen, die Zone zusammenziehen und eventuell mit dem einen oder anderen Dreier aus der Ecke leben von Schützen, die nicht immer über jeden Zweifler haben sind. Na klar, Peter Washing hat stellenweise einfach auch geschossen, als wäre er Chris Mullen, aber stellenweise auch, als wäre er Peter Griffin. So von daher, das ist dann, glaube ich, so die Idee, die da hinter dem Einsatz von Porzingis defensiv steckt. Da kann er den Ring beschützen, wenn er dann raus muss zum Closeout, natürlich für ihn mit 2,20 nicht ganz so leicht, da wird es sicherlich auch nicht jeden Closeout laufen, wird man auch ein bisschen gucken, dass man ihm dann hilft, aber wenn er rausläuft, dann kann man das auch relativ konservativ machen mit seiner Länge und dann hofft man einfach, dass die Dreier nicht in dem Maße fallen, wie sie eventuell dann zwischendurch auch mal gefallen sind gegen Oklahoma City. Aber nochmal, ich denke Boston, Joe Moussula, Brad Stevens und Co., die werden schon drauf geguckt haben, was Oklahoma City ja gemacht hat. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich denke, was man natürlich anpassen muss für das eigene Personal. Aber wie gesagt, die Lobpässe verhindern. Dann verhindern, dass Donchitsch oder auch Irving zum Beispiel dann gegen Porzingis dann eins gegen eins spielen können und dann die auf diese Insel holen, diese Sprichwörtliche und da halt ihr Ding machen. Natürlich kann man sagen, gut, aber wenn jetzt Porzingis, PJ Washington deckt, dann bringen wir den halt rein in Händelf-Situationen, in Pick-and-Rolls. Geht natürlich alles. Der ist aber natürlich dann weder als Pick-and-Pop-Spieler noch als Abrollender so richtig hundertprozentig gefährlich. Aber trotzdem kann es wieder dazu führen, dass der gute Luka Doncic dann gegen Porzingis sein Ding machen kann. Ob Porzingis dann eine Lateral-Beweglichkeit hat, nach der langen Pause das müssen wir erstmal abwarten. Aber generell denke ich, ist es so, dass man auf Bostenseite sagen würde, okay, wenn wir Porzingis in der Ecke parken, wenn es erstmal die normalen Pick-and-Rolls gibt mit den Big Men, dann können wir eigentlich auch alles abswitchen. Weil Jason Tatum, der dann gegen Gaffer zum Beispiel spielt oder gegen Lively und Lively ist natürlich dann einige größer. Gaffer aber eigentlich nicht, bei Gaffer sind es so 5 cm. Da kann man einfach relativ elegant wegswitchen, ob jetzt Doncic gegen Tatum so ein Riesenvorteil ist, das muss man abwarten. Ich bin übrigens gespannt, wie sie das regeln werden, die Celtics, denn traditionell die Saison haben sie eigentlich wenig gedoppelt, wenig geblitzt, sondern haben es mehr mit den Switches geregelt. Ob das gegen Luka gelingt, ja, das werden wir abwarten müssen. Ich meine, wir haben diese Saison oder diese Playoffs-Spiele von ihm gesehen, ich glaube, er hätte machen können, was man wollte und er hätte trotzdem die Dinge halt reingenagelt und der 40 gegeben und wir haben Spiele gesehen, da konntest du eigentlich das recht konservativ verteidigen und da war der Korps ein bisschen vernagelt für ihn. Von daher, ich denke, man wird gucken, dass man erstmal ohne dies Doppeln klarkommt und wenn man dann merkt, aber oh, das ist jetzt einfach Supernova-Modus, dann geht man da ein bisschen aggressiver halt ran. Es ist ja auch nicht so, dass man beim ersten Spiel alles rausschmeißt, was man so an taktischen Maßnahmen halt auch hat. Von daher, ich denke, auch Kyrie Irving, wenn ich mir so jetzt die Matchups angucke, ich denke, Jason Tatum, wie gesagt, wird es mit Gafford zu tun bekommen, Persing ist dann halt mit PJ Washington oder Derek Jones Jr. und dann haben wir ja White, Brown und Holiday. Ich glaube, dass Brown und Holiday sich um Irving und Doncic kümmern, wer jetzt welches Matchup da zieht, ist wahrscheinlich relativ egal. Irgendwie für mich persönlich denke ich, ich hätte vielleicht lieber Drew Holiday einfach so als kranknervender On-Ball-Verteidiger und der auch gut durch Blöcke durchkommt, vielleicht dann erstmal auf Doncic und hätte Brown erstmal bei Irving, um da ein bisschen mehr Länge zu zeigen, aber ich glaube, wie man das macht, ist im Endeffekt dann auch ziemlich egal erstmal und Derek White kümmert sich dann um, ja, Derek Jones Jr. oder PJ Washington, wie immer dann übrig bleibt, aber da man eh sehr, sehr viel switcht, ist vielleicht auch dieses allererste Matchup nicht ganz so hundertprozentig wichtig, wie vielleicht bei anderen Teams. Und dann, wie gesagt, Lops verhindern, die Ball-Händler, also Irving und Luca Doncic stressen, allerdings, wenn es geht, ohne zu doppeln und dann gute Closeouts. Das ist so die Base-Sache. Im Angriff, Boston spielt natürlich mit Five Out, das ist ihre große, große Stärke, wenn ihr die Highlights von der Saison gesehen habt, dann läuft der Ball, dann sind es ein Drives, zwei Drives, dann geht der Ball wieder raus, schießt ein Dreier. Und selbst gegen Indiana, die eigentlich eher die Dreier verhindern wollten, hat das Stellenwert auch wahnsinnig gut ausgesehen. Und im Endeffekt ist es so, sie wollen Switch forcieren, sie wollen attackieren und dann entweder abschließen oder halt den Ball rauspassen zu ihren Dreier-Schützen wieder. Und das ist, das wird wahnsinnig schwer, glaube ich, sein für Derles, das alles irgendwie wegzunehmen. Auch weil ich denke, dass die Celtics einen viel besseren Plan und viel besseres Personal haben, um eben Luka Doncic und Kyrie Irving anzugreifen, wenn das die Bücker verteidigen müssen. Also ich meine, man kann natürlich Doncic mit Porzingis aufposten, wenn es dann Switch gibt, okay, das mittlerweile wissen wir auch, dass Porzingis ja aufposten kann, denn Derles damals war das ja noch nicht wirklich der Fall. Aber ich finde irgendwie die Idee, Luka ins Base zu bringen an die Dreierlinie, wo er dann verteidigen muss gegen einen schnelleren Gegenspieler, das finde ich eigentlich gewinnbringender. Das finde ich auch erstrebenswerter, als wie gesagt, die Nummer in den Post zu schicken, wo er um seiner Masse ja auch ein bisschen drücken kann. Ich meine, klar, jetzt Porzingis zwei Köpfe größer, aber nochmal, ich denke, dass draußen, da sind auch die Fouls, da ist dann auch die Hilfe, die kommen muss. Das sehe ich dann eher so. Kyrie aufzuposten, ist natürlich keine üble Idee, da hat man auch genug Leute, die das dann können. Jetzt nicht nur sich Tatum, sondern jetzt könnte ich ja mal einen Brown machen oder auch mal einen Drew Holiday. Da bin ich gespannt, wie der alles dann hilft und was das dann macht. Ich denke auch, Jaden Hardy, wenn er die Minuten bekommt, wenn Donchic sitzt, da wird Jason Kidd ganz genau drauf schauen, wie passt das defensiv. Und ich glaube, die Timberwolves waren dann nicht, wie soll ich sagen, nicht konsequent genug, um ihn da immer wieder in diese Aktion zu holen. Da kann sich dann auch ein bisschen entscheiden, wie die Defensive dann läuft von Derlis, inwiefern sie diese Schwachstellen halt versteckt bekommen. Und abschließend noch vielleicht Pick'n'Pop mit Porzingis. Derlis verteidigt schon so, dass da es schon Möglichkeiten gibt für den Gegner, Pick'n'Pop dann zu spielen. Ist dann ja Porzingis, der den trifft, sondern auch natürlich Al Horford. Mal gucken, gerade auch, wie dann der Rhythmus von Porzingis dann ist. Al Horford haben wir zwischendurch ja mit unfassbarer Quote von draußen gesehen, dann auch wieder mit so ein bisschen unfassbar schlechter Quote. Aber da müssen wir auch abwarten, wie Boston trifft und wie Derlis dann darauf reagiert. Aber kommen wir zu den Mavs. Was ist denn deren Gameplan? Ich denke, dass das, was Irving und Donchit und Hardy vielleicht sind, so eine Zielspieler für die Eingriffsbemühungen, das wird Porzingis sein, das wird Horford sein. Habe ich eben auch schon angesprochen in Pick'n'Rolls. Horford ist natürlich eigentlich fit, aber Horford ist eben auch schon sehr, sehr alt. Wie gesagt, Porzingis müssen wir abwarten, inwiefern er jetzt auch schon bei 100% ist. Nach der langen Pause und jetzt ist direkt dann Finals, also direkt eine brutale Intensität. Da würde ich jetzt mal die Mobilität von beiden testen wollen, in Pick'n'Rolls, in Handoffs vor allem auch und dann gucken, inwiefern da auch schon alles so crisp ist vom Lesen der Situation, etc. Dann würde ich natürlich gucken, dass ich diese Big Men irgendwie gegen Luka Doncic bekomme. Das heißt, ich ziehe sie raus vom Korb, damit der Ringschutz halt nicht dabei ist. Deswegen ja auch diese Idee, Porzingis abseits von Gafford und von Lifely hinzustellen. Unbekehrt natürlich auch die gleiche Idee eigentlich bei Dallas. Die würde ich auch gucken, dass ein Lifely oder ein Gafford eben nicht an der Dreierlinie rumtouren muss, um da mit Porzingis zu stellen. Aber wenn die alle da stehen im Dreier werfen, dann fehlt der Ringschutz natürlich dann doch irgendwo. Von daher, das muss man gut hinbekommen. Also die Großen auf Luka ziehen, Double Teams forcieren und dann eben die Freien schützen und die Lops finden. Das haben wir ja alles auch jetzt schon zur Genüge gesehen. Also der Gameplan wird sich da in dem Sinne nicht ändern. Na klar, ist es auch schön, wenn Luka Doncic von der Mittellinie oder vom Logo seinen Dreier trifft, die Stepbacks nimmt, gar keine Frage. Aber das ist ja eine Variable, die jetzt nicht zur Strategie in dem Sinne gehört. Da muss man abwarten, wie heiß er an dem Tag ist. Eine Sache ist aber auch, gerade wenn jetzt da in den Ecken viel Platz ist, ich glaube, wenn man nur Dreier wirft, dann wird es eben Spiele geben, wo dann einfach mal ein Washington oder ein DJ Jay oder ein Josh Green oder auch ein Maxi Kleber es nicht haben. Und dann muss man auch die Cuts laufen. Oder auch die Cuts mal aus 45 Grad. da bin ich gespannt, ob sie das dann so gut hinbekommen. Also gerade wenn irgendwie am Ball, ich glaube, die Celtics haben dieses Jahr auch relativ viel auch einen Pass entfernt geholfen. Wenn da Möglichkeiten sind, Backdoor durchgehen, Luka findet ein, ja. Aber nochmal, sie müssen diesen Ringschutz aufrechterhalten und ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr schwer. Vor allem, wie gesagt, wenn Posinges seinen Touch da früh findet. und Horford, ich meine, wenn sie mit zwei langen Spielen sollten auch stellenweise, also ich bin gespannt. Das ist wirklich, kommt zum großen Teil auch viel darauf an, wie gesagt, wie die Protagonisten einer Dreierlinie drauf sind. Gerade halt Luka. Aber ich denke vielleicht, dass auch, klingt jetzt blöde, weil er war natürlich schon mal der entscheidende Spieler, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viel sich auch auf Kyrie Irving konzentrieren wird am Ende des Tages. Denn bei Luka, denke ich, wir wissen, dass wir es einfach von ihm bekommen. Das wird nicht immer Supernova Luka sein, aber halt immer schon Triple Double mit 30 Punkten. Aber Kyrie Irving, wenn ich mich erinnere, gegen Oklahoma City war er dann mehr der Vorbereiter, ihm hat die Länge da wehgetan, wenn er zum Beispiel gegen Jalen Williams ran musste. Da haben sie ihm relativ wenig gegeben. Auch das, denke ich, kann sich hier dann nochmal spiegeln in dieser Serie. Und ist Kyrie Irving dann in der Lage, dieser zweite Scorer zu sein? Oder zumindest sein der Vorbereiter, der dann halt leichte Buckets für die anderen besorgt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und dementsprechend ist mein Tipp auch eine lange Serie. Ich habe es gestern, glaube ich, auch on Air gesagt, das ist natürlich immer so ein Kopf, auch manchmal zu sagen, hey, sieben Spiele. Und wenn es dann sieben Spiele in die andere Richtung geht, dann sagt man, ja gut, sieben Spiele, kann alles passieren. Ich habe gestern Abend aber auch gesagt, naja, ich habe noch nicht die Seite von Dallas begutachtet. Gestern Abend hatte ich nur die Seite von Boston mir angeguckt. Gestern habe ich, glaube ich, 4-3 für Boston gesagt. Es ist wirklich für mich schwer, das vorauszusagen, jetzt überhaupt einen Tipp abzugeben, weil wir einfach diese Komponente Luka Doncic haben. Es gibt einen Modus von Luka Doncic, den haben wir alle gesehen. Wenn das so funktioniert wie bei ihm, zum Teil gegen Minnesota, auch gerade im letzten Spiel, dann müssen wir sagen, dann ist eigentlich egal, was der Gegner macht, dann wird Dallas Meister. Natürlich kann man auch nicht wegdiskutieren, dass die Celtics bisher einen recht leichten Weg hatten, aber ich habe es gestern Abend auch noch mal erklärt. Ist aber nicht so, dass die Celtics nicht wissen, wie das hin in den Finals funktioniert. Die waren vor zwei Jahren da. Sie haben schon ein paar Conference Finals gespielt. Das ist eine brutal erfahrene Mannschaft, auch in diesem Setting, Conference Finals, Finals. Ich bin bei 4-2 Boston. Das würde ich bedeuten, dass sie ihr letztes Spiel in Dallas gewinnen, aber Heimvorteil dieses Jahr war ja nie so wirklich ein Riesenthema, wenn wir ehrlich sind. Und ja, ich freue mich. Ich glaube, es wird 4-2 der engeren Art. Genauso gut kann Dallas auch mit 4-2 gewinnen, wenn ich ehrlich bin. Aber es wird, glaube ich, eine Finalserie auf hohem offensiven Niveau, wo beide Teams kaum wirkliche Löcher haben, die man attackieren kann. Und so soll es ja sein in den Finals. Also ich freue mich wahnsinnig drauf und 4-2 für Boston. Abschließend noch das Google des Tages. Und das ist heute ein shameless Plug meiner eigenen, oder meiner, es ist übertrieben, unserer NBA Finals Coverage. Dean Walle wird zu Gast sein, nicht nur heute, wie gesagt, später jetzt, oder wenn ihr es angehört habt, vielleicht ist es auch schon hochgeladen, mit der Finals Preview, sondern wie die letzten Jahre auch. Wir werden uns immer zwischen den Spielen treffen, also zwischen Spiel 1 und 2, 2 und 3, egal wie lang es geht. Und natürlich abschließend auch nochmal nach der ganzen Finalgeschichte. Er wird zweimal zugeschaltet sein, auch dann von den Spielen 3 und 4 aus Derles. Er wird dann berichten, was er in den Medienstunden gesehen, gehört, gefragt hat. Wenn es Audio-Mitschnitte gibt, die mitbringen, dann werden die Playouts extra Podcast laufen. Und wir werden auch streamen. Ich werde ja die Spiele 2, 3, 4 kommentieren. Dann hoffe ich, dass ich ihn da quasi zuschalten kann, kurz bevor ich dann nachher on Air gehe. Und ja, darauf könnt ihr euch auch freuen. Und wenn ihr das alles mitbekommen wollt, patreon.com slash drehvog, d-r-e-v-o-i-g-t. Da kriegt ihr die ganzen Sachen. Kriegt auch alle anderen Interviews, Interview-Podcasts, etc., die jemals gelaufen sind. Da wird jetzt im Sommer auch wieder mehr kommen. Würde mich freuen, wenn das was für euch ist und wenn ihr damit auch das Ganze hier supportet. Ja, und das war es dann erstmal an dieser Stelle. Gleich geht es mit dem Premium-Podcast weiter. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch allen brutale Finals. Wir hören uns auch näher. Und Freitag geht es dann weiter mit dem Fragen-Podcast. Bis dann. Ciao.